Guten Morgen. Knups? Ich bin kein Knups. Bist kein Knups? Nein. Ja, leider nicht. Und wie lange wollt ihr das? Nur heute? Ja, wir wollen es heute wieder. Zwölfte, wa? Füße nicht auf den Boden. Da kann man sich ganz doll die Füße anknicken. Füße hoch. Ach, na toll. Ach, Maulis. Ach, Maulis. Man hat schon wieder mit so einem Deckweißen geschmiert, ey. Ich finde nicht schön, dass du so gemervt bist. Ja, weil wir machen schön, dass wir dann die Wäsche nicht erzählen. Und dann noch das mit der Wäsche, dass die sich nicht dauernd am Tag dreckig machen sollen oder irgendwas, weil ich so viel Wäsche habe. Und dann komme ich das nächste Mal ins Kinderzimmer. Und dann steht die da, das ganze Kleid voll geschmiert mit Weiß. Aber weißt du, ich so, was machst du denn da? Das war nicht mit Absicht. Aber hört auch nicht auf, da weiter rumzuschmieren und so, weißt du? Wieso ist denn Deckweiß denn in ihrem Einzugsgebiet? Es lag auf dem Schreibtisch. Und dann ist es nochmal jetzt auf dem Schiff. Bis zum Schiff. Bis zum Schiff. Und dann war ich das. Und dann kam da raus und seitens mal in der Khaasch. Und dann war ich das. Und dann kam da einen Maes. Und dann kam da und dann kam da den Bein. Und dann kam da raus. Thomas, deine kleinen Mäuse, alle. Alle deine Mäuse? Ja. Nimm doch eine Wurst. Eine Flexwürste. Geht da schneller mit der Wurst. Da ist der Lack aber auch ab. Ja, der ist mir auch ab, wenn du runterkratzt. Ja, furchtbar. Furchtbar. Was hast du denn? Die machen dann immer so eine Neger-Musik. Ja, Neger-Musik. Ja, ja. Arjan kann ich nicht immer, wenn die an Miljanovitz drücken, die Chinesen... Ich fange an, Mensch, macht eine Katzenmusik aus. Katja, unsere Katzen und Schwanz in die Tür einklemmen. Die schreien genauer. Achtung. Achtung. Achtung, Wolfgang trifft ein! Der nächste Zug hält auf Gleis 1! Wolle Zug hält auf Gleis 1! Hallo? Hallo? Ist das eine Großalarm bei dir? Wie eine Großalarm? Was geht denn hier? Ich habe immer so viele Kinder! Ich habe immer so viele Kinder! Sie sind gerade heute mit da! Ey, Frau! Ja, bin ich besser! Ab da kriegst du schon noch viel Essen! Ah! Das stimmt! Aber ich glaube den Kindern schmecken die gut! Ja, mir auch! Spadi! Komm, Spadi, wir gehen mal nach Hause! Du musst Mittagsschlaf machen! So! dessert counter, weren't wir noch wasauen! Waaaah! Waaaah! Es w pont vielleicht comenzen! die bremse ist nicht mehr da hat sich hier die fehler aufgelöst hier von der bremse und da kannst du natürlich so kann man braucht man die nicht reparieren und der draht ist jetzt mal hier eine neue bremse beziehungsweise eben auch zur bremse an dazu löse ich hinten die schraube die mutter zieht den ganzen quatsch raus so fahren die leute natürlich noch an wie die bremse aussieht hier voll abgebremst mit glanz naja kommt neu schraubt hier einfach ein von den beiden sind reifenheber also ha 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 flicks for today eight euros per bike okay Okay. 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 Wie hast du? Noch nicht weiter? Noch nicht weiter? Viel zu weit. Hei! Hei! Sie sehen uns ja, schon mal. Sie sehen uns wieder. Die Flügel ist in der Flügel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Geld investieren oder nicht, ist die Frage. Soll da ein schöner Sattel drauf? Was ist ein Geruch? Ästle. Ästle. Ein Astel. Ein Kastel. Und was heißt das? Was ist denn ein Astel? Ja, Kastel. Kastle. Ist gut oder nicht? Käsekästchen. Kennst du nicht Käsekästle? Kann er nicht mal klare Antworten geben? Nein, kann er nicht. Das sagt uns das Publikum nachher. Das ist ja furchtbar hier. Was ist denn hier los? Wie viele Minuten haben wir denn noch? So. 6 Minuten 24. Und ich musste noch zusammenschauen. Jetzt schaffe ich nicht. Naja, also das haben wir nicht geschafft zu reparieren hier. Beziehungsweise ich habe ja nicht probiert, das zu reparieren. Ich habe nur gescheckt, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. In Ordnung ist hier so ziemlich alles. Nicht in Ordnung ist vermutlich ein ganz kleines Bauteil. Und das finde ich jetzt hier auf die Schnelle nicht raus. Deswegen baue ich es wieder zusammen. Ja, so ist es. Also, ich sehe das. Ich sehe das. Ich sehe da, wenn ich auf dem Vielen Dank.